Wir kommen zu dieser heilsamen Meditation, in der wir den Raum schaffen, unsere Emotionen bewusst wahrzunehmen und mit ihnen in einen sanften und heilenden Dialog zu treten. Es ist eine Einladung, dich mit deinem Inneren zu verbinden und zu spüren, dass du sicher bist. Du darfst mit deinen Gefühlen in Kontakt treten, denn die Zeit gehört nur dir. Setze oder lege dich bequem hin, sodass dein Körper gut gestützt ist. Nimm dir einen Moment, um deine Umgebung wahrzunehmen. All das ist da, um dich jetzt zu unterstützen, in diesem Moment anzukommen. Atme einmal tief ein und langsam wieder aus. Mit jedem Atemzug lässt du die Anspannung und den Druck aus. Atme nur noch einmal tief ein und beim Ausatmen erlaubst du dir, tiefer zu sinken, tiefer in den Moment, tiefer in deine innere Welt. Lass dein Atem jetzt in einem angenehmen Rhythmus weiterfließen. Beobachte, nimm wahr. Du brauchst nichts zu erzwingen, nichts zu verändern. Einfach nur sein. Richte deine Aufmerksamkeit nun sanft auf deinen Körper. Spüre, wie du getragen wirst von der Unterlage, lass dein Körper vollständig los. Fühle hinein, beobachte, jetzt. Spüre den Boden unter deinen Füßen, nimm den Kontakt wahr. Lass die Muskeln in deinen Füßen locker, erlaub ihnen sich zu entspannen. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Knöcheln und Waden. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Knöcheln und Waden. Dein Atem fließt ruhig und du spürst, wie dein Körper bei jedem Atemzug ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Bring deine Aufmerksamkeit nun zu deinen Oberschenkeln, zu deinem Becken, zu deinem unteren Rücken. Lass dort alle Anspannungen los. Fühle, wie sich die Spannungen lösen, Raum für Leichtigkeit und Entspannung macht. Bring deine Aufmerksamkeit nun zu deinem Bauch und zu deiner Brust. Spüre, wie sich dein Bauch und deine Brust sanft heben und senken. Spüre die Bewegung deines Atems. Er durchströmt deinen ganzen Körper. Er bringt dich zur Ruhe, lässt den Raum entstehen für Heilung. Lass los. Lass dich einfach fallen. Genieß den Moment. Dein Rücken, deine Schultern, alles entspannt sich. Lass die Schultern ganz bewusst sinken. Du darfst alles loslassen, hier in dem Moment. Leg alle Lasten ab. Hier bist du sicher, du bist gehalten, lass los. Nimm nun deine Arme und Hände wahr. Nimm sie wahr, wie sie sich anfühlen. Erlaube ihnen schwer zu werden, zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Bring deine Aufmerksamkeit auf deinen Nacken, auf deinen Kopf, auf dein Gesicht. Jegliche Spannung aus deinem Kiefer, deinen Wangen, deiner Stirn kann jetzt entweichen. Dein Körper ist jetzt tief entspannt, getragen und in Frieden. Dein Körper ist jetzt tief entspannt, getragen und in Frieden. Jetzt, da dein Körper tief entspannt ist, lade ich dich ein, deine Aufmerksamkeit sanft und nach innen zu lenken. Ganz nach innen auf den Raum deiner Emotionen. Stell dir vor, in dir gibt es diesen Raum. Er wartet darauf, geöffnet zu werden. Vielleicht sieht dieser Raum aus wie ein gemütliches Zimmer. Vielleicht ist es aber auch ein bunter Garten oder ein Platz der Stille, ganz wie es sich für richtig anfühlt. In diesem Raum bist du sicher, du darfst ihn betreten. Geh hinein. Jetzt. Geh. 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 In diesem Raum findest Du Deine Emotionen. Manche sind vielleicht stark präsent, andere könnten sich versteckt haben. Es spielt keine Rolle, wie sie erscheinen. Jede Emotion, die Du wahrnimmst, ist willkommen. Du musst nichts tun, außer sie zu bemerken. Was fühlst Du gerade? Nimm alles wahr. Ist es vielleicht Freude oder vielleicht Traurigkeit, Wut, Angst oder Unruhe? Gibt es vielleicht eine Kombination von Emotionen? Erlaube Dir, alles zu fühlen, was da ist, ohne es zu bewerten. Du musst nichts verändern, nichts reparieren, nur beobachten. Wenn eine Emotion besonders präsent ist, lade sie ein, sich zu zeigen. Spüre, wie sie in Dir existiert. Wo in Deinem Körper spürst Du sie? Vielleicht in Deinem Bauch, in Deiner Brust oder in Deinem Kopf? Erlaube Dir, diese Emotion voll und ganz wahrzunehmen. Sie ist hier, weil sie gesehen und gehört werden möchte. Nimm sie wahr, lade sie ein, mit Dir zu sprechen. Stell Dir vor, diese Emotion hätte eine Stimme, eine Art zu kommunizieren. Frag sie liebevoll, was möchtest Du mir sagen? Höre mit einer offenen, liebevollen Haltung zu. Du musst es nicht sofort verstehen, was sie sagt. Einfach nur zuhören, einfach nur den Raum geben. enfim. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht erinnert dich diese Emotion an eine Situation aus der Vergangenheit. Vielleicht kommt sie aus einem unerwarteten Ort. Nimm alles an, was dir in den Sinn kommt. Sei geduldig, sei achtsam. Stell dir nun eine weitere Frage. Was brauchst du von mir, um dich besser zu fühlen? Gib ihr die Gelegenheit, dir zu sagen, was sie benötigt. Lass ihr Zeit. Höre aufmerksam zu. Vielleicht braucht sie Anerkennung, vielleicht Trost, Liebe oder einfach nur Raum, um da zu sein. Emotionen wollen gehört werden. Verdränge sie nicht. Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Was auch immer ist, erlaube dir es anzunehmen, ohne Bewertung, ohne es zu hinterfragen. Du bist in einem heilenden Dialog mit dir selbst und das ist der erste Schritt zur Transformation. Musik Musik Atme tief ein und bei jedem Ausatmen spüre, wie du Heilung in diesen inneren Raum sendest. Stell dir vor, dass goldenes, warmes Licht von deinem Herzen ausstrahlt. Direkt in diesen Raum. Musik Das Licht ist sanft und heilend. Und es umfüllt die Emotion, die du eben angesprochen hast. Musik Es erfüllt sie mit Liebe und Wärme. Musik Und du gibst ihr genau das, was sie braucht, um zu heilen. Lass dieses heilende Licht durch deinen ganzen Körper fließen. Musik Spüre, wie sich dein ganzer Körper leicht und entspannt anfühlt. Musik Jede Zelle deines Körpers wird mit dieser heilenden Energie durchflutet. Du darfst loslassen. Du darfst Heilung empfangen. Musik Musik Jede deines Körpers Musik Spüre, wie sich die Emotion langsam beruhigt und du innerlich Frieden findest. Musik Dieser Moment ist dein Moment. Musik Dein Moment der Heilung. Musik Du bist sicher, du bist im Einklang. Musik 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 Du bist sicher, du bist im Einklang. Musik Musik Du bist sicher, du bist im Einklang. Musik Musik Nimm dir noch einen Moment, um diese Ruhe und das Gefühl der Geborgenheit in dir zu spüren. Spüre, wie Frieden und Leichtigkeit sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Musik Alles, was du heute gefühlt und angesprochen hast, ist Teil deiner Heilung. Musik 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 Du bist sicher, du bist getragen und du darfst dir selbst mit Mitgefühl und Liebe begegnen. Umarme dich selbst. Fühle den Frieden, fühle die Liebe in dir. Spüre die Wärme, die durch deinen ganzen Körper fließt. Das ist die heilende Liebe. Die Liebe zu dir selbst. Nimm sie fest in den Arm. Nimm sie fest in den Arm. Erinnere dich daran, dass du jederzeit zu diesem Raum der Stille und Heilung zurückkehren kannst. Jedes Mal, wenn du dich nach einem Moment des Friedens oder der tieferen Verbindung sehnst, ist dieser Ort für dich da. Nimm sie fest in den Arm. Atme noch einmal tief ein und sanft wieder aus. Bedanke dich bei dir selbst für diesen Moment, diese Zeit, die du dir geschenkt hast. Wenn du bereit bist, bringe langsam Bewegung in deinen Körper, regel und streck dich, öffne langsam deine Augen. Möge dieser innere Frieden dich begleiten und dich daran erinnern, dass du alles in dir trägst, was du für deine Heilung brauchst. Du bist genau richtig, wo du bist. Du bist Frieden. Genieß deinen Tag. Du bist Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020